Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Neujahrsgruß. Hello and welcome to a little New Year's Eve greeting. Ich habe mich entschlossen, diese Folge mal so in so einem Deutsch-Englisch gemischt zu machen, weil extra Untertitel zu machen und die dann reinzuschneiden und so weiter. Das würde jetzt ein bisschen zu viel Zeit dauern, weil ich das Ding auch gleich hochladen will. The decision for making this in two languages was made because I have no time to do subtitles and cut them in and so on because I want to upload the video right now. Das wird ein ziemliches Chaos werden, denke ich mal. This will become rather chaos, I think. Okay, das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu. Es ist ein Jahr der gemischten Gefühle gewesen. The year 2012 is going to end soon and it was a year of mixed feelings for me. Auf der einen Seite war es ein sehr kreatives und eigentlich kreativ erfolgreiches Jahr. On one hand it was a rather successful year in terms of creativity and stuff. Ich habe ja es geschafft, jeweils das Album von Zimelium und von Wilma Poppen fertig zu kriegen. Von beiden Alben waren eigentlich die meisten Stücke noch nicht fertig. Und ich habe sie dieses Jahr gemacht. So I finished the Wilma Poppen Album and the Zimelium Album. And most of the songs of both Albums were not done at the start of 2012. And I have done them all in this year. Auf der anderen Seite war es ein Jahr, das eigentlich mir nur gesagt hat, hör auf, lass es sein. Gib auf. Mach nicht mehr weiter Musik. Mach meinetwegen weiter Musik, aber veröffentliche sie nicht. Versuch sie nicht zu verkaufen. Auf der anderen Seite war die EU etwas wie immer mir immer gesagt hat, stopp' zu machen Musik und wenn du Musik machst, lass es nicht zu verkaufen und versuchen, es zu verkaufen. Das war halt die ganze Zeit so das Gefühlte auf und ab. Einmal, wow, was bin ich kreativ tätig? Und auf der anderen Seite, es tut sich ganz einfach überhaupt nichts in Sachen Verkaufszahlen und sonst was. It was always that up and down. Auf der anderen Seite, yeah, I'm so kreativ, I'm getting so much stuff done and on the other hand, no changes, no positive changes in terms of selling this stuff, getting it to the people. Auf diese Art und Weise bin ich irgendwie froh, dass das Jahr zu Ende ist. Ich hoffe mal, dass 2013 für mich ein besseres Jahr wird. And so I'm glad that 2012 is finished and I really think that 2013 will be much better for me, will be a much better year. Man muss dazu wissen, 13 ist meine Glückszahl und das 13. Jahr dieses Jahrhunderts sollte es bringen. You've got to know that 13 is my lucky number. The 13th year of the decade, well, that should do it. Ja, und was plane ich denn so für 2013, kann ich ja ruhig mal erzählen. Ich plane auf jeden Fall, ein neues Album von Alien Sony endlich zu veröffentlichen. Ein neues Album von Wilma Poppen ist auch in Arbeit und eins von Similium. Und dann arbeite ich natürlich auch noch mit Hochdruck an meinem Projekt Tugendwurst, wo ja jetzt neulich gerade das Lied für Beatrice veröffentlicht wurde. Hallo, Beatrice. Okay, so what do I want to get done in this year? Of course, I want to release a new Alien Sony album. A new Wilma Poppen album is also on its way and Similium album also. And I'm working with full power at the Tugendwurst project. I released a song for Beatrice, hi Beatrice, and I have so much other projects going on. Was ist eigentlich mit Alien Live Return to Madeira? Du warst doch auf Madeira, Sonny. Wo bleibt das Video? So what's up with Alien Live Madeira? Sonny, you were in Madeira and worth the video. Nun ja, bin bisher nicht dazu gekommen. Sagen wir es mal so. Ich hab ja immer so den Einleitungsteil. Und da erzähle ich ja immer so vom ersten Tag. Und das müsste ich irgendwie filmen. Und da bin ich bisher nicht zugekommen. Aber bald. Ihr seht ja, ich gucke wieder in die Kamera. Well, for the first part of the Alien Live Return to Madeira and Alien Live Madeira videos, I always describe a bit I talk into the camera and describe the stuff the first day and so on. And I simply didn't have the time, I didn't manage it to get this done up to now. But I'm now, you see, I'm talking into the camera again and so it will happen soon. Also bald kommt dann Alien Live Return to Madeira. Aber einige von euch haben vielleicht schon den fabulösen 3D Intro Trailer gesehen, den ich gemacht habe. Some of you have maybe seen the great 3D Intro Trailer I made for Alien Live Return to Madeira. Ich wünsche euch natürlich alles Klassenmäßige, Beste, Wunderbarste, Tollste für 2013. Lasst es richtig krachen. Macht richtig was los. Dieses nächste Jahr ist unseres. Da hauen wir ganz einfach mal richtig rein. Of course I wish all of you all the best, all the superb and best stuff for 2013. Get all your things done, get stuff done. Let's rock it. Let's make this year our year. And yeah, we will rock this planet. Ja, ich werde jetzt mal feiern gehen. So richtig schön. Und ja, ich nehme die Kamera mit. Ich werde mal sehen, ob ich ein bisschen was filmen kann. Aber es ist dunkel und diese Kamera macht nicht besonders gute Sachen. Okay, I go party now. Right now. And I'm gonna party hard. I will take the camera with me. I don't know if I can film anything because this camera is not very good at filming in the night, in the dark. Also, dann haut mal richtig gut rein. Kommt gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann drüben und sehen, was wir im nächsten Jahr so alles auf die Reihe kriegen können. Okay. Have a nice slip into the new year. And we will see what we can get done together in this new year. Let's get something done in this new year. And we will rock it. Vielen Dank.